Ich versteh das System, das spielst du trotzdem noch nicht so ganz. Was verstehst du denn jetzt? Warum ich immer sterb? Warum greifen mich Dinosaurier an? Und wo ist der Daniel? Also warum stirbst du immer? Weil du dir immer noch kein Lager baust. Ich will mir ja kein Lager bauen. Keine Waffenswerte. Es geht ja hier und es geht ja darum Daniel zu finden. Ja, aber dazu musst du ja irgendwelche Ausrüstung haben. Erstmal, damit du zu dem vordringen kannst. Man sieht ja hier nichts nachts. Nichts. Etat ein Stein. Ich glaube ein Stein zu meiner Freundschaftsliste hinzugefügt. Hier ist ein Lagerfeuer. Wie krieg ich denn das an? Light fire. Ah! Geil! Ich habe ein Lagerfeuer gefunden. Und da müsstest du glaube ich... Ah Nios, hier habe ich Kohle gefunden. In so einer Kiste. Was hast du gefunden? Hier ist Kohle in so einer Kiste. Ich raub jetzt einfach alle aus. Ich habe zwei Narkosebären geholt. Und Tindobären sieht. Narkosebären sind für die Dinosaurier, damit du die betäuben kannst und dann einen Sattel draufsetzen könntest. Ja, mal gucken ob ich schon eine Spitzsache kann ich mal umbauen. Was brauch ich dafür? Wut, da brauch ich... Ah! Warte, warte, warte. Ich habe noch Wut im Ofen. Kann ich die Narkosebären essen? Würde ich nicht erfüllen. Okay. Das geht doch. Geht das? Probieren wir mal aus. Ich weiß es nicht. Ja, rund gut. Mein Bildschirm wackelt aber gerade so komisch. Ich glaube, so gut waren sie nicht. Da sind Steine. Warum kann ich jetzt nicht mehr diese komische Spitzsacke bauen? Was ist denn Tatsch? Ach so ein scheinig genug Zeug. Tatsch brauche ich für die... Ah, Tatsch. Das ist Rinde. Ach, boah. Hast du den Baum gefallen? Auf Bäume einprügeln, dann kriegst du die Rinde. Mach ich gerade. Ah, ne. Ne, geht weg von mir. Ein blödes Vieh. Das ist doch nicht dein Ernst. Kaum habe ich mich ausgerüstet, sterbe ich wieder. Was ist denn das für eine Scheiße? Ganz ehrlich. Das ist doch gar nicht fair. Ich hatte aber so eine Axt zum Hauen. Probier es mal noch mit der Ostzone. Da muss er doch sein. Gab es denn damals zu Dinosaurierzeiten eigentlich Mammuts? Ich habe einen Mammut vor uns gesehen. Ne, die gab es eigentlich später erst. Nach der ersten Dinosaurier, dann Dinosaurier ausgestorben, dann kamen irgendwann die Menschen. Und dann kamen die Höhlenmännchen. Und zu Zeiten der Höhlenmännchen müsste es dann auch Mammuts gegeben haben. Da unten ist ein Affe. Dann haben die die ausgetötet. Und dann gab es keine mehr. Weil Mammut, das war eine Rasse, die durch Männchen getötet, also ausgelöscht wurde. Nur wenn es schmeckt. So ein Multitalent. Aua! 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 You killed by Sarko, Level 116. Solche Cheater. Probieren wir es da nochmal in der Ostzone. Ostzone 2 diesmal. Hallo, ernsthaft? Ist das dein fucking Ernst hier, du doofes Ding? Hallo? Was sag mal? Sag mal, sehe ich denn irgendwie ängstlich aus? Oder du blödes... Dreck! Spawn, angegriffen, tot! Das ist eins! Ne? Ich hab noch nicht mal komplett gespawnt, dann bist du schon wieder tot. What the fuck? So! Du guckst immer erst so nach oben, dann guckst du runter und dann stehst du auf, ne? In der Szene, wo er aufsteht, war er schon tot. Oder wurde ich denn angegriffen? So cool! Fragezeichen. Lokal, was ist denn lokal? Ist das auf dem Server oder bei mir um die Ecke? Gucken wir da nochmal in die Einstellung rein. Option. Ach! Super! In der Zeit, wo ich in die Einstellung reinguck, wird schon wieder getötet. Bleiben wir mal in der Einstellung. Ah, guck, im Hintergrund seht er, wie er umgefallen ist. Alter! Ey, hör doch mal auf, mich anzugreifen, du blödes Schlampe, du elendes Miststück! Hallo, was soll denn das? Alter, hinter mir stand eine nackte Frau, die hat mich angegriffen. Ich mach blöde! Ey, jetzt renne weg! Ich verweige dich! Komm zurück! Where are you? Where are you from? Hallo? 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 Guck mal, ich kann eh halten. Wenn ich eh halte, zieh ich die dann aus? Ach, ich hab einen Stein gegriffen! Kannst du den Stein herwerfen? Ach, wie gut! Du kannst auch nix! Komm zurück! Bleib stehen! Bleib stehen! Da vorne ist ein Haus! Und hier steht ein Affe! Ne, hier ist noch jemand! Hier ist noch jemand! Der Film war Frauenjagd! Hallo? Hallo? Wer bist du? James! Hallo James! Tschüss James! Do you know, wer Soku ist? Hallo? Hallo? Please, don't kill me! I'm new here! I'm only searching for Soku! Wisst ihr, wer die geile Tussi gerade war? Jamie! Die spielt ja auch hier! Vielleicht suchen wir jemand anderes ab sofort! Da ist er wieder! Da ist er wieder! Ah, die hat sich gerade wieder eingezogen! Hatte ich jetzt was an? Steht aber nicht auf dem Server! Die spielt gerade gar nicht! Warum guckt denn die ihren Arm so an? Hallo? Do you know, wer Soku ist? I'm searching for Soku! Mann! Weißt du, der spielt seit 90 Stunden auf dem Kackserver! Und keiner kennt den! Was ist denn das für ein Typ? Philipp, du wohnst seit... Ich wohne seit 20 Jahren neben dir! Und ich kenne dich nicht! Genau! Das wollte ich sagen! Was bin ich denn für ein Typ? Ja! Ich habe jetzt so einen Berg hier, Erklummen! 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 Ne, wie nennt man das? Erklummen! So, jetzt hat der Philipp wieder Hunger! Und wir sind jetzt gleich oben! Hier gibt's kein Essen mehr! Nein, ich komme nicht höher! Wann komme ich hier nicht hoch? Ah! Scheiter! Ah! Bestimmt ein Stein irgendwo reingerutscht! Scheiße, ist die Map groß! Ich glaube, da habe ich mir eine Jahrzehnte lange Aufgabe gegeben, den zu finden! Ich sehe ja noch nicht mal ein Haus! Da muss doch irgendwo mal ein Haus gebaut haben! Ah! You killed yourself! Hm! So, liebe Zuschauer! Ich habe jetzt eine Idee, was wir jetzt machen! Ja, Daniel reagiert meistens darauf, wenn man ihn bei Skype schreibt! So, ich kann das leider ganz schlecht raustappen! Ich spawne jetzt einfach mal irgendwo! Wir rufen die das mal an! Und zwar über Skype-Handy-Anruf! Ich habe das Gefühl, das funktioniert so nicht! Hm, na gut! Hat auch nicht funktioniert! So, in der Zwischenzeit bin ich hier schon wieder am sterben! Hallo, hier bin ich! Töte mich! Danke! Ein Pinguin! Ach ne, ein Kairuku! Was ist denn ein Kairuku? Ich habe keine Ahnung, habe ich nicht gehört! Da landet gerade irgendwas! Da landet gerade was! Korsten, hier landet was! Ja! Was mache ich denn da? Da kannst du, renn da hin und da kannst du was rausnehmen! Mach ich jetzt auch! Da sind meistens Du-Prints oder Kleidung oder irgend sowas drinne! Das ist ganz nützlich für das Spiel! Alter, da ist schon wieder sowas von erschöpft hier! Ach ja! Mann! Was ist denn jetzt los? Erhol dich doch mal, du blödes Arschloch! Oh geil! Holz! Alles! Flint! Touches! Fieber! Jetzt sterbe ich! Ich ertrinke! Ich ertrinke! Ich ertrinke! Hört auf mit ertrinken! Ich bin doch über Wasser! Jetzt so! Er hat da Bluff geschnappt! Mann! Wie lange bist denn Du erschöpft, Du Arschloch! Das kann doch gar nicht sein! Das war doch sonst nicht so lange! Alter, das... Der Idiot, der geht mir einfach nur so auf die Nerven! Ja! Was ist das? Soll ich mich jetzt hier mitten im Wasser stehen bleiben und mich ausruhen oder was? Ja! Jetzt bin ich am Land! So, während immer in den Tagen sterbe ich bestimmt nebenbei! Craft item! Geil! Kraften! Auch Kraften! Auch Kraften! Das auch! Fackeln hab ich mir jetzt gecraftet! Weil ich es kann! Ne Stein... Axt! Ne Wutten... Ne Wutten Club! Stone, Hatchet und ein Speer! Das kann doch gar nicht mehr so schlecht sein bisher! So, was brauch ich für das scheiß Feuer, Kleiner? Da brauch ich noch 16 Steinen! Ach, das find ich auch noch! Warum ist denn dem Idioten schon wieder kalt? Nö! Nö! Geh weg von mir! Ich hab gerade Sachen gefunden! Du blödes Vieh! Nein! Scheiße! Ich werd blöde! Was willst du? Mann! Das ist doch einfach nur behindert, sowas! Dieses Kackspiel! Ganz ehrlich! Daniel! Wenn du das hier irgendwann mal sehen solltest! Weil es wahrscheinlich eh nicht siehst! Du bist scheiße bist du! Du bist einfach nur scheiße! Vielen Dank fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Bei Let's Search Daniel in Ark! 20.000 Jahre hier! Blöde Kacke! Das ist doch dümmste Spiel, was es gibt! Tschüss! Ja, das ist ja auch ein paar Zeit! Wollt ihr sicher! So was das ist ja noch etwas ganz klar! Wollt ihr so? Ich finde die Zeit!